Guten Abend, ich begrüße Sie recht herzlich zur 214. Montagsdemo. Ebenso begrüße ich die gerade angekommene Raddemo. Unsere heutige Demo steht unter dem Motto, rette die Stadtbahn vor Stuttgart 21. Mein Name ist Michael Becker von Kern 21 aus dem Remstal. Wegen Unzuverlässigkeit der S-Bahn-Linie 2 aus Schorndorf fahre ich jetzt öfters mit der Stadtbahnlinie U1 zur Montagsdemo. Doch nun frisst sich das Krebsgeschwür Stuttgart 21 auch in das Gleisbett der Stadtbahn und könnte sie für Jahre unterbrechen. So fordert der Rückbau des Hauptbahnhofs nach den Einschränkungen im Straßen- und S-Bahn-Verkehr sein nächstes Opfer. Das tägliche Brot der Stuttgarter, den reibungslosen Stadtbahnverkehr. Dazu gleich der Redebeitrag von Irene Köberle von den Gewerkschaftern gegen Stuttgart 21. Doch begrüßen wir zunächst den Sprecher des Aktionsbündnisses, Dr. Eisenhard Verlöper.